Okay, Nothing Else Matters, eine leichte Version, und zwar geht folgendermaßen, viermal, P, I, M, A, M, E, P, I, M, A, M, E, E, G, H, E, und jetzt beginnt das Solo, und da kommt kurz einmal ein Dreieachteltakt rein, und zwar spielt man da P, I, M, A, und dann geht es aufs A-Mol, geht es wieder mit dem Sechachteltakt zweimal weiter, dann haben wir C-Dur, D, und E-Mol, viermal, E-Mol, genau, und jetzt kommt, muss man das Ganze E-Mol greifen, und jetzt spielt man P, 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 I, M, A, also P, 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 I, M, A, D, C, und P, 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 I, M, A, P, P, I, M, A, P, I, M, A, aber beim dritten Mal kann man statt dem P, I, M, A, P, I, M, A spielen, P, A, M, I, also P, A, M, I, P, A, M, I, P, A, M, I, kann man statt P, I, M, A, 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 M, nur ganz leicht. Und dann entsteht dieser Flascholet-Ton, ja. Und dann in So close no matter, jetzt geht's D, how far, das P, I, Mar, P, I, Mar, couldn't be much more from the heart, forever trusting who we are. Und jetzt hat's G. And nothing else matters. Und da kann man das G, Fis, E rein spielen, wenn man will. Also statt dem letzten G. Also P, I, Mar, A, M, P, P, E. Und jetzt spielt man nur einmal das E-Mal. Und jetzt kommt C, A, Merveke, Fu, A, D. Und das Schlagmuster beim Sechs-Achtel-Takt ist folgendermaßen. Beim C, 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 C. Schlagt man nur einmal runter und jetzt spielt man down, down, up, down, up, down, down, up, down. Also eins, zwei und drei und vier, fünf und sechs und C, A. Und jetzt spielt man wieder nur ein Dreier. Eins, zwei und drei und eins, zwei, vier, fünf, sechs. Geht man wieder. Und dann beginnt wieder die Strophe. Also das sind so die grundlegenden Sachen in dem Song. Natürlich gibt es noch viel mehr. Aber das sind so die Basics. Also auf das schaut es mal, Girls. Und dann viel Spaß damit. Und bis bald. Ciao.